Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir die Simsy Challenge, die ist von Lil Simsy ins Leben gerufen worden. Und es ging darum, dass sie uns halt quasi einen Hausbau, eine Shell halt vorgeben hat. Und wir sollten daraus was halt machen, was halt irgendwie möglich ist. Ähm, es ist halt schon sehr schwer gewesen, weil sie halt die Wände extra so gezogen hat, dass es extra schwer ist halt. Ähm, äh, ja, ne. Vor allem ich als Mensch, der halt meistens eher nur einrichtet. Also ich bin meistens ein Mensch, ich nehme aus der Galerie ein Haus und, ähm, richte da einfach nur ein. Das fällt mir halt einfach viel, viel einfacher, als, ähm, jetzt halt komplett den, äh, hätte ich den Raumplan und so zu machen. Das ist halt einfach absolut schwer für mich. Ähm, eigentlich. Aber irgendwie ging das diesmal. Irgendwie, je schwerer es ist, desto besser für mich. Und ich meine, es war ja halt auch gut für mich, weil, ähm, es gab ja schon halt wenigstens den Umriss. Der war ja schon vorgegeben. Den musste ich dann nicht bauen. Weil das ist irgendwie mein größtes Problem. Ähm, dass ich irgendwie nicht damit klarkomme, wie ich, äh, den Umriss machen möchte. Aber, ja. Also letztendlich, finde ich, ist es ganz schön geworden. Ähm, ja. Äh, könnt ihr mir dann auch sagen. Es könnte ja sogar sein, weil Lil Simsy meinte ja, dass sie die Videos sogar schauen würde, wenn man ihr die zuschickt und so. Wäre natürlich ziemlich lustig, wenn das passieren würde. Ich meine, sie würde natürlich gar nichts verstehen, weil ich deutsch rede und sie nicht. Aber, I guess, es geht ja auch nur ums Bild, so. Und, ähm, ja, was ich halt cool finde, ich gehe so ganz normal, ich habe das hier geüploadet und es hat einfach innerhalb von 10 Minuten, äh, 13 Downloads bekommen. Und, like, okay, das ist mir noch nie passiert. Aber, mir gefällt das Haar, das ist halt auch wirklich gut. Also, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Und ich habe, glaube ich, noch nie so lange dran gesessen an einem Haus. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie lange insgesamt, so. Ähm, ich könnte das jetzt nachgucken, aber dann müsste ich das zusammenrechnen und so weiter. Und, als ob ich jetzt rechnen würde, ähm, ihr kennt mich, ähm, eigentlich gar nicht noch, noch gar nicht so gut. Aber, ihr lernt mich noch kennen, wenn ihr weiter auf diesem Kanal bleibt. Bleibt, bitte, bitte. Okay, ich bin so unangenehm. Warum bin ich so rief? Auf jeden Fall, was ich euch sagen wollte, ähm, ich hatte euch ja erzählt vor einiger Zeit, dass ich in eine Klinik gekommen bin. Ähm, wenn ihr das Video hier guckt, bin ich gerade entlassen worden quasi. Also, beziehungsweise, wenn das Video heute online geht, äh, da wurde ich an dem Tag entlassen. Und, ähm, ja, das ist halt schon ganz gut, weil ich mich jetzt halt wieder mehr drum kümmern kann, um die Videos. Also, ich glaube, ich werde trotzdem einfach bei denen, also, dabei bleiben, halt, dieses, hey, von, also, jeden Mittwoch und jeden Samstag kommt ein Video. Jetzt kann ich halt auch mittwochs dann besser einhalten, you know. Ähm, also, ne, ich bleibe halt dabei, dass, wenn was ausfällt, dann ist das okay. Und dann wird es auch wahrscheinlich mittwochs sein, weil mittwochs ist mir irgendwie unwichtiger als samstags. Genau, und samstags ist so mein Tag, kein Plan. Ähm, deswegen wundert euch nicht, wenn trotzdem was ausfällt. Aber grundsätzlich habe ich vor, dass dann schon was kommt. Aber, ja, es wird man ja dann sehen, wie gut ich das hinkriege. Aber ich denke schon, dass es ganz gut werden würde, weil ich ja dann insgesamt halt schon mehr Zeit habe, mich halt um alles zu kümmern und so weiter. Und, ähm, ja, kriegen das schon hin. Ja, wenn wir jetzt weiter wieder zum Bild kommen. Äh, ich habe das Ganze halt jetzt so gemacht, dass ich das wie ein kleines Familienhainter. Haus gemacht habe. Ich habe es, äh, in der Galerie. Das könnt ihr euch übrigens downloaden, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich heiße, bei Origin, äh, heiße ich da Mooligirly. Also, wie bei meinem Instagram-Account. Ähm, da könnt ihr mir auch folgen und auf Twitter und so weiter. Ist alles verlinkt in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall heiße ich da Mooligirly. Da könnt ihr das Haus auch downloaden, wenn euch das gefällt. Äh, was wollte ich sagen? Äh, wo war ich? Man kann es downloaden. Äh, achso, ich habe es Cozy Family House genannt. Weil, keine Ahnung, irgendwie passt es einfach perfekt so. Weil es hat halt, äh, ein Master-Bedroom. Also halt für die Eltern quasi. Die Räume sind insgesamt relativ klein geworden. Aber ich finde es irgendwie süß so. I don't know, ich mag es voll gerne. Und, ähm, dann gibt es noch ein Teenager-Zimmer und ein Kinderzimmer. Das Teenager-Zimmer ist so ein bisschen auf Mädchen ausgelegt. Also, und, ähm, das Kinderzimmer eher auf einen Jungen. Kann man natürlich halt auch alles ändern. Man kann natürlich auch einfach das Farbschema ändern. Ähm, ich meine, es gibt keine, also Farben haben keine Geschlechter und so. Aber, ähm, es ist halt diese typische, oh, die Jungs haben Blau. Und die Mädchen, also das Mädchen hat ja jetzt eher einen grünen Raum. Aber, you know, so von der Deko und so her, meine ich, ist es halt, in Anführungszeichen, feminin. Ähm, you know, also was man halt so eher daran denken müsste. Aber, ja, ich finde das halt, äh, so ganz schön. Also ich fand es ganz nett, dass ich das dann so hingekriegt habe, wie ich wollte. Weil ich dachte mir so, ja, ich möchte auf jeden Fall irgendwas, was halt einfach so ein Familienhaus ist. Also so cute, so, you know. Weil ich bin einfach so ein Mensch, ich mag halt einfach so klassische Familienhäuser am liebsten in Sims. Ich meine, ich finde es auch cool, wenn Leute so Sachen wie, wie Schlösser oder so nachbauen. Also das finde ich auch absolut cool. Das gefällt mir auch richtig cool, uh, 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 gefällt mir auch richtig gut, wenn ich das in der Galerie sehe oder so. Ähm, zum Beispiel, ich habe auch die große Grabe platziert. Und, ja, wir gehen in der Galerie gefunden, fand ich richtig cool. Ähm, so, you know, das ist halt einfach so. Also das finde ich cool, aber ich finde halt so typische Familienhäuser einfach cooler, weil man die halt besser nutzen kann. Vor allem, wenn man halt, äh, realistisches Gameplay machen möchte und halt jedes, jedes Grundstück einmal belegt haben möchte. Ja, dann kannst du einfach ein paar Häuser platzieren, die halt so nett gemacht wurden von jemandem. Und, ähm, ja, also ich finde es sehr, sehr cool. Äh, also besser halt auch. Also ich mag es lieber. Aber geben seine eigene Meinung so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele sagen, nee, nee, ich finde das schon cooler, wenn man so Sachen aus welchen Leben, beziehungsweise aus welchen Leben, aus Filmen oder so nachbaut. Oder Serien. Ähm, kann ich auch absolut nachvollziehen. Finde ich auch cool so, aber wie gesagt, ich habe euch jetzt das schon erklärt, warum, warum das halt jetzt nicht so ist. Dieses, äh, Pöltern, das war mein Hund, der seinen Knochen runtergeworfen hat. Bitte macht euch keine Sorgen um mich, ist, mir geht's gut, okay? Ja. Ähm, ich wusste nicht, was ich aus dem Raum machen sollte. Eigentlich wollte ich noch ein Badezimmer machen, aber ich dachte mir so, hm, draußen ist schon eine Wäscheleine, da kann ich auch eigentlich so einen Waschraum machen, ne? Genau. Weil man, man wäscht ja nicht alles im Trockener dann wieder. Also im echten Leben. Also ich kenne keinen, der jetzt nur trocknet, im Trockener. Äh, sondern eigentlich fast nur Leute, die halt noch so das an der Wäscheleine gehangen haben. Besides that. Und, ähm, deswegen dachte ich so, vielleicht könnte man das einfach machen. Ich denke, das passt halt so ganz gut. Auch da so rein in dieses Family Life, so. You know. Und, ja, der Master Bedroom, das Master Bedroom, I don't know. Das ist jetzt halt das hier, das ist halt sehr klein. Ähm, wenn man sich schon so denkt, so, hm, das ist jetzt ein kleinerer Raum als jetzt das für die Kinder. Aber, ich finde es einfach cool, so. Also ich finde es süß und gemütlich. Und, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass so die Familie einfach so den Kindern halt mehr Platz bieten wollte, so. Weil die das vielleicht nicht so brauchen, oder so. Ja. Weil ich baue halt auch immer so mehr oder weniger Geschichten drum, um die, ähm, Häuser. Äh, zum Beispiel halt, also wenn ich halt jetzt nicht speziell irgendwie was baue zu meiner Legacy Challenge oder so. Ähm, weil da richte ich dann halt immer die Zimmer schön ein, nach dem Charakter und so weiter. Aber wenn ich jetzt so einfach so drauf losbaue, das passiert dann nicht so oft, weil ich nicht so gut im Bauen bin und ich dann nicht so die Motivation dazu habe. Aber wenn ich jetzt, ähm, hier halt so was mache, dass ich halt einfach so irgendwas mache halt, dann, ähm, baue ich da schon irgendwie eine Geschichte drum, weil ich möchte halt nicht, dass das einfach so, ja, toll, ne. Aber, ja, ich denke, ich habe das schon ganz gut so geregelt, you know. Ja. Und, ja. Ja. Auf jeden Fall, äh, habe ich eigentlich nicht mehr so großartig was zu erzählen, jetzt was so, so krass ist so. Hier, das Wohnzimmer ist auch sehr klein so, wo man sich auszudenkt, so, hm, meine ich, ist das ja so ein Family Room, you know. Aber, ich finde es einfach schön, wenn es auch mal so klein ist, weil es auch einfach irgendwie gemütlich ist, you know. Deswegen, keine Ahnung, es hat irgendwie, es hat halt beides was. Ich mag, ähm, ich mag es sowohl, wenn es halt größere Räume sind, als auch wenn es kleinere Räume sind. Aber ich finde, in Sims kann man kleinere Räume irgendwie viel gemütlicher und schöner gestalten. Ähm, also es ist auch richtig schwer, in Sims einen komplett offenen, äh, Raumplan zu erschaffen. Ähm, äh, das, ich meine, das sehe ich auch öfter mal, dass Leute das auch wirklich hinkriegen und so. Aber ich finde, es ist halt wirklich schwer, das hinzubekommen, dass man da halt, ähm, ja, einen Raumplan hat, der halt komplett offen ist, so. Wo halt alles so miteinander verbunden wurde, ob mit Torbögen oder einfach nur, keine Ahnung, wo dann halt Tische oder Schränke als, äh, oder Sofa oder sowas als Dings, als, 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 als Abgrenzung da stehen oder sogar gar nichts, sondern einfach nur so. Ja, also ich finde es halt schon cool so, grundsätzlich, aber, ähm, also ich mag es auch im echten Leben, wenn es so offen ist. Aber in die Sims das, äh, so nachzumachen, das finde ich schwer. Also ich meine, das, äh, sieht ja auch jeder anders, aber ich persönlich hab da schon so meine Problemchen mit. Aber, äh, ja, jedem das seien, ne? Jedem liegt ja eine oder andere Sache besser. Ja, mir liegen kleine Räume, ähm, in die Sims mehr und, äh, eher was Gemütlicheres, als jetzt einfach so, keine Ahnung, irgendwas. Kein Plan. Da muss ich die Wand nochmal ändern, weil ich mir dachte so, what? Das geht so nicht. Weil, keine Ahnung, du müsstest halt durchs Esszimmer und durch die Küche laufen, um einmal außen rum zu gehen. Und das wäre halt schon ein bisschen dumm so. Also, ich meine, wozu gibt's diesen Flur dann, außer um zur Treppe zu kommen? Wisst ihr, deswegen dachte ich so, nee, nee, ich lass es, ich lass es, ich mach's lieber so. Und ja, das ist jetzt das Kinderzimmer. Es ist halt blau, you know? Aber, also es muss jetzt nicht unbedingt ein Junge sein, aber ich dachte so, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das so ganz süß. Vor allem hab ich dem ja auch so ein Tagebuch gegeben, you know? Keine Ahnung. Und Dinos, ja. Aber, also, keine Ahnung. Ich find's einfach, dass das alles gut zusammen gepasst hat, deswegen hab ich das dann so gemacht. Also, letztendlich ist es mir halt auch egal, was für ein Geschlecht da irgendwie einzieht. Ähm, solange ich halt irgendwie finde, dass das irgendwie beisammen passt und so weiter. Und, ähm, das tut es in dem Fall. Dementsprechend, ähm, ja. Ja, vor allem, ich find's halt cool, wenn man bei so Speed Builds halt einfach sieht, wie diese Räume dann langsam sich so füllen und wie es einfach immer lebhafter wird, ne? Ja, das gefällt mir so, so gut. Das ist halt, also ich guck auch immer richtig gerne Speed Builds von anderen, weil ich mir dann so denke, wow, das ist einfach genau das, was ich mir so wünsche, in Anführungszeichen, ne? Also, keine Ahnung, irgendwie macht mich das voll glücklich, wenn ich das dann so seh, dass es halt immer mehr sich füllt. I don't know. Also, einfach genau das, was ich sehen will, wenn ich, ähm, wenn ich Speed Builds schaue. Keine Ahnung, irgendwie hat das so was Befreiendes, wenn man das so sieht. Keine Ahnung, ich kann's nicht beschreiben, wie ich's fühle, aber es ist so okay. Bitte judget mich dabei einfach nicht. Rede ich zu viel? Ich rede irgendwie gefühlt ununterbrochen. Das ist ein bisschen schlechter. Das sind Sachen, die viele kritisieren, aber es ist mir egal. Ich rede so viel ich will, ja? Das ist mein Video. Ich möchte das ja auch, äh, leider, ich möchte das ja auch spannend gestalten. I mean, ähm, es gibt wenige nur, die sich halt wirklich 17 Minuten lang, oder wie lange das Video jetzt geht, ich weiß gerade nicht auswendig, ja, sehen wir ja gleich. Ähm, wenn man 17 Minuten lang nur, äh, sieht, wie jemand da sein Haus baut im Schnelldurchlauf. Äh, also ich find das dann schon schöner, weil wenn man halt drüber redet und halt irgendwie zuhören kann, kann man das auch schön im Hintergrund laufen lassen. Das mache ich mich auch ganz oft. Ähm, also vor allem bei Sachen von Lil Simsey zum Beispiel, wenn ich die jetzt länger dann halt, ähm, also ältere Sachen mir dann einfach anschalze, dann mache ich halt, dann halte ich mir das so im Hintergrund ein und mache irgendwas anderes so nebenbei, you know? Und das ist halt immer richtig schön. Keine Ahnung, irgendwie hat das sowas, wenn man halt dann so darüber, wenn man halt einfach so im Hintergrund jemanden hören hat. I don't know, irgendwie, dann find ich, das ist absolut angenehm. Äh, ich denke, das machen auch die meisten Leute so. Mmh, aber, ja, also ich find das halt einfach eine gute Sache, dass man das so machen kann. Also, machen kann, klar, also, aber, ja, also ich find's schön, wenn ich das dann so mache, weil irgendwie fühl ich mich dann immer so richtig frei. Keine Ahnung, irgendwie ist es schön, äh, nicht ganz allein zu sein dann auf dem Zeichen. Also, dass jemand einem irgendwas ans Ohr quatscht und nicht einfach so, dass man nicht einfach so irgendwas macht, weil, keine Ahnung, irgendwie ist das langweilig. Wenn man es so ausdrücken möchte. Ja, ne, das ist jetzt, glaub ich, auch schon das Ende vom Speedbild und jetzt kommen noch Screenshots. Genau, das ist das Haus von vorne. Wuh, ja, wir sind am Ende angelangt, das ist schon ziemlich krass so. Also, ich mein, es kommen jetzt noch ein paar Screenshots, aber ich möchte euch ja jeden Raum nochmal zeigen, weil man hat ja nicht alles unbedingt im Schnelldurchlauf immer so gut gesehen und so weiter. Aber, ähm, ja, ich find, äh, das ist eigentlich ganz schön. Ich find den Garten auch relativ gemütlich. Klar, ist jetzt nicht so viel da, aber ich find's einfach schön. Mir gefällt's einfach gut. Es ist, es ist nicht überall alles voll gekleistert. Das machen ja auch ganz viele. Das find ich auch nicht schlimm, das find ich sieht auch meistens sehr, sehr schön aus. Aber ich hab jetzt versucht, dass das halt nicht so ist, sondern dass ich halt einfach alles, ähm, auch mal ein bisschen leerer lasse. Weil das ist nämlich auch, ich bin meistens auch ein Typ, der eher alles voll klatscht, aber ich wusste teilweise auch nicht, was ich wohin klatschen soll. Deswegen dachte ich so, okay, dann mach ich's jetzt einfach so. Und, ähm, ja, mir gefällt's tatsächlich ziemlich gut, dass es halt auch mal ein bisschen leerer in manchen Ecken ist. Ist halt mal irgendwie was anderes, ne? Ja, da ist nochmal der Hobbyraum. Ich wusste nicht, was ich aus dem Raum machen soll. Soll ich dazu, ja, einfach so ein Gesellschaftsraum. I don't know. Manchmal braucht man sowas. Gibt bestimmt auch viele Leute, die sowas haben. Und deswegen, passt schon. Ja, dann hier nochmal der Flur oben. Ja, also wie gesagt, mir gefällt das Haus ziemlich gut. Sagt mir doch, wie euch das Haus gefällt. Ich hab mir auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Und ich bin ziemlich stolz drauf, dass ich die Challenge auch so gepackt hab, you know. Weil ich hatte richtig Angst davor. Ich so, ja, ich will das machen. Und dann bin ich davon und hab mir so, pfff, wie soll ich das machen? Hilfe, bitte, bitte nehmt mir das Spiel wieder weg. Ich möchte doch nicht, Hilfe. Aber letztendlich hab ich's ja doch gepackt. Und ich bin, wie gesagt, ziemlich stolz drauf. Und, ja, ich wünsche euch noch einen guten Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss. Und dann, ja, ich wünsche euch noch einen guten Tag. Tschüss. Tschüss.